Die Aufgabe des Regieassistenten ist es, dem Regisseur so weit wie möglich den Rücken freizuhalten, damit der all das machen kann, was für das Stück wichtig ist, nämlich Regie führen und sich überlegen, wie das alles aussehen soll. Das bezieht sich meistens auf organisatorische Dinge. Zum Beispiel heißt das, den Probenplan zu koordinieren, also den entsprechenden Schauspielerinnen und Schauspielern zu sagen, hey, dann und dann musst du da und da sein, weil du diese und jene Szene probst. Der wichtigste Job ist wahrscheinlich, das Regiebuch zu führen, also den Textauszug, und immer einzutragen, wenn sich irgendetwas ändert. Also wenn vielleicht im Text ein bisschen was geändert wird, wenn Auf- und Abgänge festgelegt werden, wenn bestimmte Abläufe mit Requisiten oder dem Bühnenbild festgelegt werden oder irgendwelche Positionen, wo wer steht, das muss in dieses Regiebuch rein und dafür ist der Regieassistent zuständig, damit man, wenn man die Szene nochmal probt, nicht alles nochmal von vorne machen kann, sondern eine wichtige, richtige Referenz hat, an die man sich halten kann. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Erstellung einer Requisitenliste. Die Aufgabe des Regieassistenten ist sozusagen, das erweiterte Gehirn des Regisseurs zu sein. So alles, was der vielleicht vergessen könnte, muss der Regieassistent auf dem Schirm machen. Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass man sich selbst sehr gut organisieren muss, damit man den ganzen Laden organisieren kann. Also man muss sich irgendwie, glaube ich, ein gutes System überlegen, wie man Sachen strukturiert. Und das kann, wenn man der Typ dafür ist, ist es vielleicht nicht so schwer. Wenn man nicht so der Typ dafür ist, muss man sich da wirklich reinfuchsen. Und gerade je größer die Produktion ist, desto mehr Leute sind beteiligt und desto mehr Leute müssen koordiniert werden. Und da muss man den Überblick behalten. Und das kann auch durchaus anspruchsvoll sein. Und selbstverständlich muss man sich auch auf seinen Chef sozusagen, auf den Regisseur einstellen. Wenn man sich schon kennt vorher, dann ist das nicht unbedingt ein Problem. Aber wenn man irgendwie neu dazukommt, dann muss man da natürlich irgendwie auch eine Art der Zusammenarbeit finden, die irgendwie für beide Seiten gut funktioniert, damit man sich gut ergänzt. Am meisten Spaß macht, dass man irgendwie mit allem zu tun hat. Also man hat ja Kontakt mit allen Beteiligten und sieht auch jede Szene, weil man natürlich irgendwie dabei ist, wenn sie gebaut wird, damit man das notieren kann. Also man behält einen ziemlich großen Überblick über das Stück und man sieht auch, wie dieses Stück wächst. Und man sieht die Veränderung. Und das ist tatsächlich sehr schön. Man kann das große Ganze im Auge behalten, was natürlich für die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht so einfach ist, weil die ja meistens nur ihren Ausschnitt sehen, bis am Ende alles zusammengesetzt wird. Und das ist der Punkt, den man sozusagen als Regieassistent den Leuten voraus hat. Und das macht auf jeden Fall großen Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.